Es hat ja zu lange gedauert. Ich kam gerade erst rein in euer Zocker hier. Willkommen zurück. So, Kontrollpunkt. Laden wie neu. Jetzt möchte ich mich ein bisschen überein. Das habe ich jetzt gemacht. Das war so klar den falschen hatte ich erwischt. So, immer mit Ruhe. Alter Schwede. So, die müssen wir auf jeden Fall befreien. Schön hingelegt. Aber das ist nichts. So, der ist hin. Ich habe sie gerade im Kopf gesehen. Ich wollte schon sagen, ey. Was ist denn los? Oh, wo ist er denn? Ach da. So, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen... Gibt schweige auf dem Weg zur Bibliothek. Auf jeden Fall Deckung. Hier rüber. Wo ist er jetzt? Aha. Aha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kurz ein Geschmärzlos, Freunde. Habe ich den hier ein bisschen... Kann ich das reinschmeißen? Jawoll. Was ist das? Oh, ich sehe den nicht. Alter, du ich was. Kann kaum, ne? So, einer. Der wollte sich gerade verschanzen, ne? Oh, wir sind richtig gut auf jeden. Da war noch einer. Erledigt. Hol das auch jetzt Platz, aber nicht durch mich. So, ich glaube, wir müssen hier rum. Jetzt kommen wir hier gar nicht mehr weiter. Schauen wir mal. Ähm. Da ist er. Kann ich hier... Nein, kann ich nicht. Tja, wo lang geht's? Wo lang geht's? Hey, der ist da hinten. Scheiße. Hier sind die. Oh, der. Alter, mehr Glück als Verstand hat hier. Ich glaube, ich muss mal dieses Fenster hier nehmen. Dann sehe... Oh. Das ist ja unser Mann. Ups. Was ist der? Dassel mal. Hilfe. Hilfe. Hilfe dir dann selber, Junge? Ich fern dich. Ich fern dich. Ich fern dich. Und da bräuchte. Ich fern dich. Das andere So, er kommt hier hoch, ist hier noch jemand? Ist hier noch jemand vor allem da? Seht ihr jemanden? Ne, ich sehe niemanden, alles klar Sauer, der kommt hier hoch Also, wir gehen runter und treffen ihn jetzt Du bist verletzt, lass mal sehen Keine Zeit Die Roten kommen Halte sie auf Ich komme zurecht Aber, halte sie auf Wenn nicht, sind wir beide tot Bum, 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 bum So, Munition aufstocken Ist mir zu ruhig Definitiv zu ruhig hier Alter, ich dachte Ohne Witz, ich dachte, das wäre jemand Oh, was ist jetzt los? Ach, da kommen die Oh, bitte Wie viele? Oh, weg hier Ab nach oben wieder Jetzt knall ich ab Oh, sehr schön Dann machen wir hier auch mal eine So, wie komme ich jetzt Achso, hier ist ja die Kacktür, okay Dann wollen wir mal die Abknallen, die Schweine Alter Mehr Glück Oh, was ist das, ey, du Wichser Oh, schön Schön getroffen Junge, ich war voll am Zucken Wenn ich nicht treffe, so Was ist denn die Scheiße hier? Bumm Am schwätzen, wa? Er ging in seinen Rücken Jo, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was bist du? Oh, wie sauer wir dann Fliegen immer die Granaten, sorry Wo ist denn der Pissar? Ziehleine Oh, das war sein Herz Sorry Sollte nur deine Leber treffen Mach's gut, Digga Komm, renn rein Renn rein Jawohl Schaut mal, schaut mal hier Nein, der rät nicht Warte Ein Hund Wofür kriegt ihr den hier? Uh, gleichzeitig Geschwister Krasse Scheiße Oh, geil Ich weiß, wir sind schon längst tot Eigentlich Aber wir sind ja wie so eine Maschine Alter Und ihm war kalt Deswegen auch die Mütze Über die Ohren sogar Junge Wie kommen denn da noch? So, Freunde Schaut, dass keiner reingerannt ist Ich verstehe das nicht Oh, das war's Wohl Danke fürs Retten Aber ich befürchte es Wohl Zeitverschwendung Wolf Hat einen Plan V2-Raketen Tabun Tabun Wo ist das? Es ist kein Kein Ort Was ist es dann? Was ist Tabun? Antworte mir Die Info über Schweiger war inkorrekt Ich fragte mich Worin wir uns noch geirrt hatten Oder was wir nicht wussten Wie Tabun Was zum Teufel war das? Und worin bestand Wolfs Plan? Das würde mich auch interessieren Und Das sehen wir auf jeden Fall In der nächsten Part wieder Ciao Euer Euer Ich Eine